hallo freunde hereinspaziert willkommen bei uns im büro und ich wünsche euch ein erfolgreiches und gesundes neues jahr das allererste video hier in diesem jahr 2022 vielen dank dass ihr dabei seid das video ist für uns was ganz besonderes denn wir haben tolle neuigkeiten zu verkünden wir haben es ja schon so ein bisschen angekündigt dass was ganz besonders kommt und hintergrund ist dass wir uns letztes jahr relativ häufig engagieren durften im rahmen der bürgerstiftung bei kindermachen zukunft und das hat uns gezeigt dass es nicht viel spaß macht einfach was gutes zu tun sondern man auch irgendwie was zurückbekommt was ganz besonders ist und deshalb haben uns gegen ende des letzten jahres eine auszeit genommen und mal überlegt wie können wir vielleicht noch mehr machen wie können wir vor allem das verbinden mit der leidenschaft immobilien zu verkaufen es hat ein paar tage gedauert aber unser vorhaben für 2022 stand dann fest also unsere mission 22 so nennen wir das und zwar werden mit zehn prozent sämtlicher verkaufserlöse spenden an gemeinnützige organisationen und vereine hier in der region und das beste daran unsere kunden dürfen sich aussuchen wohin gespendet wird und dadurch dass wir quasi unserem traum beruf noch viel mehr sinnhaftigkeit verleihen starten wir hoch motiviert ins neue jahr und sind uns sicher dass wir nicht nur an vielen verschiedenen stellen helfen können sondern auch der region was gutes tun und was gutes tun ist eigentlich das stichwort denn wir wollen uns bei euch bedanken dafür dass ihr die ganzen inhalte videos beiträge immer fleißig teilt und so viel damit interagiert und das macht uns auf jeden fall sehr viel spaß das zu beobachten ansonsten werden wir glaube ich eher wenig motiviert so viel für social media zu machen deshalb großes dankeschön an euch und ja sagen kann ja jeder immer viel aber wir wollen euch tatsächlich auch was zurückgeben und deshalb haben wir geplant im rahmen dieses beitrages ein gewinnspiel zu starten ihr könnt ein samsung galaxy tablet gewinnen und was ihr dafür tun müsst ihr müsst den beitrag teilen ihr solltet auf gefällt mir drücken und eure freunde markieren und dann werden wir via zufalls generator ein gewinner ausrufen und ich denke das wird eine ganz spaßige aktion den gewinn kann man sich dann hier abholen aber da kriegt ihr gesondert noch mal bescheid und ja mit diesem video starten wir ganz motiviert ins neue jahr ich wünsche euch alles gute einen erfolgreichen start bleibt vor allem fröhlich und gesund und wir sehen uns sicherlich hier bald auf diesem kanal wieder macht's gut bis zum nächsten Mal